Hallo und Servus an alle Loxoberten da draußen. Ich habe jetzt endlich meinen Heizstab bekommen, der ist dreiphasig mit insgesamt 6 kW. Ich kann den aber pro Phase mit 2 kW dazuschalten. Das heißt, je nachdem wie viel Überschuss von der PV-Anlage, das ich habe, kann ich sagen, heize mit 2, 4 oder den vollen 6 kW. Wie ich den Heizstab angeschlossen habe, wie das Ganze im Verteiler aussieht, welche Produkte ich verwendet habe, um den anzusteuern, wie ich die Buffer-Speichertemperatur auf OneWire messe und wie wir das Ganze in der Konfig programmieren, das alles siehst du in diesem Video. Viel Spaß! Diesen kleinen Verteiler habe ich in einem der letzten Videos gebaut. Ich verlinke es dir noch einmal oben. Ich habe mich hier für eine Multi-Extension eher entschieden, weil das Ganze über Funk kommunizieren kann. Ich habe da auch eine Antenne nach oben ausgeführt. Ich habe vorhin schon eingeschaut. Dann habe ich hier 8 Relais, von denen ich jetzt 3 benötige für den Moment, weil wir mal schauen, was mir sonst noch alles einfällt. Und die Multi-Extension hat zwar 16 Ampere-Relais, das heißt rechnerisch würde es sich ausgehen, aber irgendwie hat es sich für mich besser angefühlt, das Ganze über Schütz zu realisieren. Und somit schalten die Relais der Multi-Extension hier 25 Ampere-Schütz durch und der Heizstab bekommt dann seinen Strom. Und wie immer gilt in diesem Video, ich blende 5 Sicherheitsregeln ein und dass solche Arbeiten nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden dürfen. Ich habe jetzt hier meine Zuleitung 5A-Trick. Die gehen einerseits auf die Schütz und andererseits hier auch auf das Netzteil, damit ich die Multi-Extension mit Strom versorgen kann. Die zweite Leitung hier oben ist der Heizstab. Und da ich im letzten Video alles schön auf Klemmen gelegt habe, musste ich das nur noch hier an den jeweiligen Klemmen, neutral und PE anschließen und war schon fertig. Hier haben wir noch die One-Wire-Schnittstelle, deswegen bietet sich für mich die Multi-Extension einfach so perfekt an. Das ist ein sehr altes Protokoll, mit dem kann ich extrem günstige Temperatursensoren und auch noch andere Sachen einbinden. Das schauen wir uns dann gleich in der Konfig an. Auf jeden Fall gehe ich hier mit diesem Kabel direkt in die Hülse des Boilers, um die Temperatur zu missen. Das Ganze ist jetzt noch etwas fliegenverdrahtet, aber wenn ich das Ganze dann ausprobiert habe, dann werde ich das Ganze schön mit Kabelbindern und Schellen vielleicht sogar leerer machen. Hier habe ich jetzt den Heizstab angeschlossen, habe da die drei Phasen L1, L2, L3. Dann habe ich hier die Erdung angeschlossen. Und weil so kein Drehstrommotor oder so ist, braucht es auch den Neutralleiter. Und da habe ich ein bisschen schauen müssen, wo der Anschluss ist und der hat sich da hier versteckt. Dann schalte ich jetzt wieder über die Konfig mit manueller Werteänderung die Schütz ein. Erster, zweiter, dritter. Das heißt für mich, das funktioniert soweit. Dann mache ich den Patienten zu. Jetzt hat eigentlich jeder Heizstab die Möglichkeit, die Temperatur hier über so einen Regler irgendwo einzustellen und der hat auch noch eine Sicherheitsabschaltung integriert. Auf jeden Fall da habe ich es in der Beschreibung gesehen, auf Stellung 2 Punkte, ca. 65 Grad. Ich glaube, das passt. Das heißt, ich schiebe jetzt den hier auf diese Stellung. Passt. Abdeckung ist drauf. Hier auch. Wie gesagt, die Kabel muss ich noch schnell verlegen. Und wir sehen uns in der Konfig. Alle treuen Abonnenten kennen natürlich schon meine Konfig von daheim. Ich habe eine 15 kW Peak BV Anlage und eine 12 Kilowattstunden Batteriespeicher. Zu jedem dieser Bausteine, Energiemanager, Zählerbausteine und so weiter, gibt es schon ein eigenes detailliertes Video. Schau dir das doch gerne an, wenn du da noch Fragen hast. So habe ich hier meine BV Produktion, zwei Strings mit einem Adira Baustein. Also jetzt aktuell werden vier kW produziert. Batteriespeicher, State of Charge, 100% ist aktuell voll. Und hier habe ich meinen Netzzähler. Und da werden aktuell 1,2 kW ins Netz eingespießen. Diese 1,2 kW habe ich mir geschnappt und auf dem Energiemanager angehängt, auf den Grid Power. Und habe jetzt hier meine drei Heizstabphasen, L1, L2, L3, hier angelegt. Passendes Symbol hinterlegt und bei der Einschaltleistung und Nennleistung jeweils 2 kW eingestellt. Dann habe ich hier meine drei Relais ausgangsseitig angeschlossen von der Multi-Extension und die schalten dann des Schütz vom Heizstab durch. Wichtig zu verstehen ist jetzt nur, wenn hier das Relais einschaltet, heißt das nicht zwangsläufig, dass der Heizstab auch wirklich die 2 kW zieht. Weil wenn es euch erinnern könnt, der hat ja so einen Drehregler drauf und wenn der Pufferspeicher auf der eingestellten Temperatur schon ist, dann schaltet der Heizstab selbstständig aus. Das macht aber dem Energiemanager nichts, denn ihr seht es da, er macht alle 60 Sekunden eine Neuberechnung und schaut sich an, gibt es hier immer noch Energie, die ich einspeise oder beziehe ich schon Energie vom Netz, dann schalte ich wieder Verbraucher weg. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich auch mit der Batterie arbeite und sage, solange die Batterie mehr als 80% geladen ist, beispielsweise schalte ich hier diese Heizstäbe ein. Das mache ich in meinem Fall jetzt anfänglich mal noch nicht. Ich werde das Ganze beobachten. Dann habe ich hier noch die Pufferspeichertemperatur mit aktuell 62,9 Grad auf einen virtuellen Status angehängt. Da habe ich auch die Statistik aktiviert und das Ganze werde ich jetzt einfach mal beobachten. Bei so One-Wire-Geräten ist es ähnlich, wie man es kennt. Ich gehe hier auf One-Wire einlernen, finde dann meine Geräte. Nur das Riesenthema ist, dass sich die nicht identifizieren. Also wenn ich da jetzt nicht nur einen habe, so wie jetzt in meinem Beispiel, sondern mehrere, dann braucht man gewisse Tricks, um herauszufinden, welcher ist jetzt wer. Ich würde dann, wenn ich jetzt drei hätte, alle einlernen, alle auf die Seite ziehen. Bei allen den Abfragezyklus reduzieren, zum Beispiel auf fünf Sekunden, dass ich schneller sehe, was los ist in der Live-View. Und dann würde ich wirklich einen erwärmen. Mit einem Föhn, ich habe das selber schon gemacht. Föhnst du einen an, dann sehe ich, okay, der zweite wird warm. Dann gebe ich denen einen Namen und weiß, okay, der ist es. Oder man gibt wirklich einen nach dem anderen auf den Bus und lernt immer nur den einen, den man dann findet, ein. Der Riesenvorteil bei so One-Wire-Fühlern ist, dass die wirklich saubillig sind. Also der Hülsenfühler, den ich da jetzt gehabt habe, der kostet mit Steuer 16,50 Euro. Oder hier ein Fünfer-Set der Temperaturfühler. Hier fünf Stück mit knapp 60 Euro. Also wirklich preiswert. Die One-Wire-Extension 200 Euro habe ich jetzt nicht gebraucht, weil die Multi-Extension eben diese Schnittstelle schon drauf hat. Das heißt, eigentlich, wenn man die Bausteine versteht und wenn man auch die Schnittstelle zum Wechselrichter hat, dann seht ihr, ist das Thema eigentlich relativ einfach abgebildet. Eine Sache noch, ich habe jetzt mit meinem Heizungsbauer gesprochen, ob ich bei der Gasheizung jetzt einfach die Solltemperatur des Buffers reduzieren kann. Die habe ich jetzt auf 50 Grad reduziert. Und der Heizstab ist ja mit 65 Grad circa, mit dem Drehregler. So genau geht es wahrscheinlich nicht. Das werden wir dann in der Statistik sehen. Aber eine Sache, auf die man aufpassen muss, das sind Legionellen, heißt es. Und das kommt zustande, wenn man das Wasser nicht regelmäßig verbraucht. Also in einem Ferienhaus zum Beispiel, wenn das lange stillsteht. Und wenn das Ganze, ich glaube, nicht über 60 Grad aufgeheizt wird. Wie gesagt, ich habe die Rücksprache gehalten. In unserem Fall, Fünf-Personen-Haushalt, ist da so viel Bewegung drin. Und auch der Heizstab wird sicher mit dem Überschuss alle paar Tage mal aufheizen. Also bei meinem Fall ist das abgesichert. Aber haupte das bitte im Hinterkopf und heutzutagegebenenfalls Rücksprache. Dann habe ich noch ein Rechenbeispiel. Und das hat mich wirklich selber sehr erstaunt. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. 1.000 Liter Wasser von 10 auf 60 Grad erwärmen. Und dabei ist es jetzt komplett egal, ob das jetzt ein 500 Liter Speicher ist oder ein 300 Liter Speicher. Oder ob ich von 50 auf 60 Grad aufheize. Und das soll es gar nicht gehen. Es soll nur darum gehen, zu sehen, was ist billiger und was ist teurer. Und wie viel das dann wirklich braucht pro Tag, ist ja egal. Ich weiß, was ist das Teurere. Habe ich die 1.000 Liter mal das Delta von 10 auf 60, wären die 50 Grad. Mal 1,16 Wattstunden, die es braucht, um einen Liter um 1 Grad zu erhöhen, kommt raus knapp 58 Kilowattstunden. Und das diskutiere ich jetzt regelmäßig mit meiner Familie. Die PV-Anlage liefert keinen Gratis-Strom. Das heißt, es ist nicht gratis, wenn ich mit der PV-Anlage jetzt meinen Heizstab einschalte. Warum? Weil wenn ich den Heizstab nicht einschalten würde, dann würde ich ja diese Energie, die ich produziere, ins Netz einspeisen und in meinem Fall eine Einspeisevergütung von 14,8 Cent bekommen. Das heißt, die Kilowattstunde PV-Energie kostet, wenn ich es verbrauche, 14,8 Cent. Was wesentlich günstiger ist als der Bezug mit, ich glaube aktuell bei mir, 35 Cent. Aber trotzdem, es ist nicht gratis. Das heißt, diese Aufheizung von 10 auf 60 würde 8,60 Euro kosten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mit dem Gas an. Mein aktueller Gaspreis jetzt heute ist noch mit 12 Cent pro Kilowattstunde und ab September 9,4 Cent. Mit dem habe ich jetzt einmal gerechnet. Da ist Netzgebühr und alles schon mit dabei, dass man es wirklich miteinander vergleichen kann. Bei der Gasheizung ist es allerdings so, dass die einen gewissen Wirkungsgrad hat. Welchen genau, bei mir kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber da gibt es ein VDI 2067, habe ich gelesen. Und da steht drin, der muss mindestens 84 Prozent Wirkungsgrad haben. Die Energie, die ich hier brauche, muss ich jetzt noch durch den Wirkungsgrad dividieren. Und dann komme ich auf 69 Kilowattstunden Gas für dieselbe Menge Heißwasser. Und das kostet mich mit diesem Preis hier 6,51 Euro. Ich bin trotz PV-Anlage und Heizstaub elektrisch immer noch wirtschaftlicher, Gas zu verwenden anstelle vom Strom. Das hat mich selber etwas gewundert. Jetzt ist die Frage, war das umsonst, dass ich den Heizstaub eingebaut habe? Naja, umsonst war es nicht. Der Heizstaub kostet Geld, die Multi-Extension kostet Geld, der Installateur kostet Geld. Aber du weißt schon, wie ich meine. Naja, Stand heute zahle ich noch 12 Cent pro Kilowattstunde Gas. Und dann kommt hier unten raus 8,69, glaube ich. Dann wäre es schon wieder so, dass es sich rentiert. Sollte also irgendwie die Einspeisevergütung sich reduzieren, weil das ist ja auch nicht fix, wie viel kriegst du für Kilowattstunde Strom einspeisen. Wenn sich das reduziert oder der Gaspreis wieder höher wird, dann kann es sein, dass es schnell einmal so weit ist, dass ich lieber wieder mit dem Heizstaub heize. Und ein drittes Thema, das ist jetzt wertfrei und kann jeder seine eigene Meinung haben, sollte aus irgendeinem Grund die Gasversorgung nicht gegeben sein, kann ich jederzeit auf Heizstaub umstellen und einen Notbetrieb über Strom fahren. Auch im Winter ohne PV, dann bezahle ich es halt vom Netz, was natürlich will ich mir gar nicht vorstellen, was das kosten würde. War auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ich hoffe, dir hat es gefallen, dann kannst du gerne einmal den Like-Button smashen. Wenn du neu bist und du diese Art von Videos magst, gerne den Kanal abonnieren, weil ich habe schon wieder die nächsten coolen Ideen für die nächsten Videos. Schreib doch gerne einen Kommentar, hättest du das gedacht, dass es trotzdem mit dem Gas noch billiger ist als mit dem Strom in meinem Fall. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, bis dahin, ciao, servus, hab ich die Ehre. Bis zum nächsten Mal.